Es zieht ihn nach Kolumbien und mit Drogengeschäften, die erträumten Millionen sind. Zurück in Deutschland macht Peter Gosp-Rank. Eine Lebenswendung um 180 Grad. Ich war auch so glitzend und bin einer Illusion hinterhergelaufen. Der Liebe des Teufels, das Geld und Macht und die Erfüllung sind. Und wenn ich eins auf der Straße gelernt habe oder in der Unterwelt, es gibt immer noch einen, der heftiger durchzieht. Es gibt eine Hoffnung, die lebendig ist. Bis zum Entkasten, wenn deine Suchen vergehen.